Du bist einfach ein brutal krasser Coach. Ich bin sehr, sehr froh drum, dass ich dabei sein durfte, dass ich von dir gelernt habe. Hi, grüßt euch. Hier spricht der Shalom. Und ich wollte mich auch noch mal ganz kurz zu Wort melden. Und zwar Philipp. Lieber Philipp, ich hoffe, wir können uns irgendwann mal persönlich kennenlernen. Du bist einfach ein brutal krasser Coach. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ich finde, wenn man was toll gemacht hat, muss man es einfach mal erwähnen. Und du hast wirklich ein geiles Coaching aufgestellt, auf die Beine gestellt. Ich war drei Monate später dabei und ich habe Wissen wie ein Schwamm aufgesaugt. Ich habe so viel von dir gelernt. Ich habe mich in der Zeit nicht nur fachlich, sondern auch extrem persönlich, charakterlich und auch mindset-technisch, was ganz, ganz wichtig ist in dem Thema, total weiterentwickelt. Und das war mir natürlich auch wichtig. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich mich in diesen Punkten weiterentwickele. Aber dass du halt diese Messlatte so derbe nach oben schießt, habe ich auch nicht erwartet. Also Hut ab an der Stelle. Großes Kino. Du hast wirklich ein Megawissen. Und ich merke einfach, du bist nicht nur brutal fleißig und bemüht, sondern du steckst extrem, extrem viel Leidenschaft rein. Und das kommt total bei mir an. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, vielen anderen Menschen. Klicke jetzt im angepinnten Kommentar auf den ersten Link und erfahre alles über die HPA-Methode in meinem kostenlosen Videotraining. Dort zeige ich dir, wie ich in den ersten 33 Tagen exakt 10.350 Euro und im ersten Jahr über 250.000 Euro, das ist eine Viertelmillion, online verdient habe. Und du kannst jetzt meine Methode zu 100% einfach kopieren. Klicke jetzt. Ich freue mich. Bis dann. Die Freunde lernen. Ich höre dir brutal gerne zu. Ich habe mich auch gerne von dir coachen lassen. Und du hast einfach auf alle Fragen die passende Antwort. Und man merkt einfach, du bist der Profi in dem, was du machst. Und wirklich jeder, der sich in der Hinsicht weiterentwickeln möchte, der ist bei dir total gut aufgehoben. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass du mich damals mit so vielen E-Mails beschossen hast. Ich meine, da spricht der Profi selber. Im Nachpassen liegt die Kohle. Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh drum, dass ich dabei sein durfte, dass ich von dir gelernt habe. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich auch bei meiner persönlichen Expertin bedanken, der lieben Jacqueline Scheibe. Du bist eine coole Socke. Ich meine, ich bin schon seit der Schule bekannt als der nervige Schiller, der mir tausend Fragen gestellt hat. Du hast mir immer zeitnah die richtigen Antworten gegeben. Du warst immer da. Du hast mich auch immer motiviert, wenn ich mal eine kurze Flaute hatte. Aber wirklich, ich muss sagen, Riesendank. Du bist brutal kompetent. Du bist mega smart. Und ich bin mir sicher, der Philipp ist mega froh drum, dass er dich im Team dabei hat. Ich bin froh drum, dass du mich begeistert hast über die Zeit. Und wie gesagt, jeder, der sich in der Hinsicht Marketing weiterentwickeln möchte, der ist mir gut bei euch aufgehoben. Und da muss ich echt nochmal sagen, Riesenrespekt, Applaus an euch. Die Worte wollte ich nochmal ganz kurz loswerden. Also, ich bin sehr, sehr froh drum, dass ich dabei sein durfte. Und die drei Monate haben mir wirklich sehr, sehr viel gebracht. Für mich hat es sich definitiv rentiert. Also, bleibt so wie ihr seid. Klicke jetzt. Ich freue mich. Bis dann.